Und über die aktuelle politische Lage in Syrien und in der Region spreche ich jetzt mit Andreas Reinecke im Phönix-Tagesgespräch. Er ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts und war von 2014 bis 2020 deutscher Botschafter in Tunesien. Guten Tag. Guten Tag. Schauen wir auf die neuen Machthaber. Wir haben es gerade gehört. Als Jolani sagt, die Weltgemeinschaft muss sich keine Sorgen machen. Sehen Sie das auch so? Muss die Weltgemeinschaft sich keine Sorgen machen? Na, keine Sorgen würde ich jetzt nicht sagen. Man wird sich natürlich schon Sorgen machen, aber es scheint bislang in die richtige Richtung zu gehen. Bislang macht Jolani eigentlich alles richtig. Er versucht, das Land im Inneren zu stabilisieren. Er sorgt für Beruhigung. Er hat eine neue Regierung ernannt. Es hat ein neues Kabinett ernannt. Er versucht auch Auswüchse der Rache zu vermeiden, indem er aufgerufen hat, dass man ihm Namen nennen solle von Leuten, die man dann verfolgen werde. Also bisher scheint alles richtig zu sein. Aber der entscheidende Punkt wird natürlich sein, wie weit kann er jetzt die verschiedenen Minderheiten einbinden oder besser gesagt, wie weit will er sie einbinden? Also die Gruppen der Alawiten, der Volksgruppe von Assad, der Christen, der Drusen, aber auch anderer sunnitischer Stämme, zum Beispiel der Bedouinen um Daraa, die ja vor ihm in Damaskus waren, um auch einen gewissen Einfluss zu haben. Und so weiter, der Kurden natürlich. Also das wird jetzt die Kernfrage sein, an denen, glaube ich, auch die innere Zufriedenheit, die innere Stabilität Syriens sich in den nächsten Tagen und Wochen festhalten wird. Ja, es gab ja verschiedene Ankündigungen. Freie Marktwirtschaft wurde angekündigt. Und andererseits war Al-Jolani ja früher jedenfalls als Terrorist gelistet, war auch ehemaliger IS-Kämpfer, hat sich dann davon losgesagt. Jetzt klingt das alles etwas versöhnlicher. Trotzdem, wie groß ist denn die Gefahr, dass in Syrien jetzt ein Taliban-ähnliches Regime entsteht? Weil auch in Afghanistan klang es ja am Anfang noch etwas versöhnlicher, um die internationale Weltgemeinschaft zu beruhigen. Und jetzt sehen wir, was in Afghanistan passiert ist. Ja, das ist aber ein großer Unterschied. Erstmal ist die afghanische Gesellschaft eine ganz andere, viel konservativere als die syrische. Syrer sind vergleichsweise modern. Und das Assad-Regime, von dem man nun halten kann, was man will, hat aber immerhin doch eine gewisse Modernisierung in dieses Land hineingebracht. Eine offene Religiosität, eine Offenheit für die Religionen. Und das hat natürlich auch die Leute bis heute geprägt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die Syrer es zulassen würden, jetzt auf einmal in einem Taliban-ähnlichen Staat zu sein. Also Golani ist ja mit einigen Kämpfern gekommen, aber letztendlich muss er sich im ganzen Lande durchsetzen. Und die Syrer werden nicht zulassen, dass es wieder einen neuen Polizeistaat gibt. Also ich glaube, da sollte man auch die Modernität der Syrer nicht unterschätzen. Das ist ein Unterschied zu Afghanistan. Und deswegen bin ich ja eigentlich vergleichsweise optimistisch. Sie haben ja in Tunesien als Botschafter die Auswirkungen des arabischen Frühlings miterlebt. Wie kann so eine Transformation gelingen? Also was ist wichtig, damit jetzt das Land stabil bleibt? Na, ich war vor allen Dingen auch letzter deutscher Botschafter in Syrien und habe daher die Revolution dort erlebt. Und dann 2012 sozusagen die Tür zugemacht, das Licht ausgemacht. Und habe dann tatsächlich das in Tunesien an anderer Stelle beobachten können. Das größte Problem ist, dass wir, dass man versucht von außen, und Tunesien ist es dann auch von innen erfolgt, eine sozusagen perfekte Demokratie herzustellen mit einem perfekten Parlament, einem perfekten System, was möglicherweise von dem Land da nicht gelebt werden kann. Sondern deswegen sollten wir als Lehre daraus ziehen, dass man den Syrern auch einen Spielraum lässt, ein System zu entwickeln, mit dem sie zufrieden sind. Das muss nicht eine Demokratie nach bundesdeutschem Muster sein, sondern es muss ein System sein, in dem sie sich am wohlsten fühlen. Und ich vermute, dass man in Syrien jetzt zunächst oder das Rollani früher oder später Wahlen ausrufen wird. Ich glaube auch, dass er in freien Wahlen eine sehr große Mehrheit bekommen wird. Und dann wird die Frage sein, wie ich vorhin schon sagte, wie bindet er die anderen Minderheiten ein. Das ist das, was in Tunesien so schwierig war, dass man dann ein Parlament hatte, die Parlamentarier dann letztendlich von dieser Aufgabe auch überfordert waren und vor allen Dingen an sich dachten und nicht an das Land. Und sie dann einen starken, vermeintlich starken Führer wie den neuen Präsidenten Said gewählt haben, der das Land dann aber auch nicht auf den richtigen Weg bringt. Also ich glaube, die Idee, dass zunächst mal ein präsidentiales System sich in Syrien entwickelt, mit einem starken Mann, den alle jetzt akzeptieren zu scheinen, auch die Alawiten, auch die Christen und auch die Drusen, die Baas-Partei hat sich aufgelöst. Also das scheint durchaus ein gangbarer Weg zu sein. Ob das tatsächlich dann so sein wird, das wird man sehen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Störmanöver wird es geben. Ich sehe allerdings Störmanöver vor allen Dingen von den noch radikaleren Kräften ISIS, islamischer Staat, also da wiederum vergleichbar wie in Afghanistan, wo ja das radikale Taliban-System sich etabliert hat, aber trotzdem es Anschläge von der ISIS gibt. Das, fürchte ich, wird man auch in Syrien erwarten müssen. Und deswegen ist es auch in unserem Interesse, dass wir das Ganze so weit wie möglich stabilisieren. Und nicht zu vergessen, natürlich versuchen auch die Russen und die Iraner, jetzt verlorenes Terrain wieder zurückzugewinnen. Also der Khamenei hat ja eine Rede gehalten, indem er die Schuld daran den Amerikanern gegeben hat. Das ist also ein bewährtes Mittel im Nahen Osten. Im Zweifelsfalle waren es immer die Amerikaner oder die Israelis. Das scheint hier allerdings deutlich nicht der Fall zu sein. Und auch die Russen, die jetzt die israelischen Angriffe verurteilen. Auch ganz interessant, das ist für uns vielleicht ganz allgemein. Aber das bedient natürlich ein Gefühl der Syrer, das wir jetzt gar nicht so im Blickfeld haben, dass die natürlich sich durch die israelischen Angriffe gedemütigt fühlen. Das haben sie jetzt, hat für sie überhaupt keine Priorität. Aber die Russen wissen das und versuchen mit diesen Gefühlen zu spielen, um selber wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das wird ihnen in diesem Fall keiner glauben, denn sie waren diese Angriffe von der Israelis. Es gab es ja auch vorher, als sie noch die vermeintliche Kontrolle über Syrien hatten. Aber es zeigt auch, die Russen haben nicht aufgegeben. Also man muss deswegen schon schnell machen von unserer europäischer und deutscher Seite aus, um unsere Hilfe anzubieten und den syrischen Machthabern zu verdeutlichen, dass mit dem Westen, mit den Europäern sie viel größere Chancen haben, als wenn sie sich wieder auf die Iraner und die Russen verlassen. Sie sprechen ja gerade die internationalen Vernetzungen schon an. Für viele Beobachter und Beobachterinnen kam dieser plötzliche Sturz von Assad jetzt doch überraschend. Und wir sehen ja, dass in der Region gerade wahnsinnig viel in Bewegung ist. Aus Ihrer Sicht könnten sich jetzt die Machtstrukturen in weiteren Ländern verschieben, zum Beispiel vielleicht im Iran? Ja, das ist nicht auszuschließen. Das ist wieder eine Spekulation. Immerhin haben die Iraner ihre eigentliche Sorge, dass sie den Machtübergang nach dem Al-Khala Khomeini klären müssen. Er ist 84 oder 85 und die Nachfolgefrage steht eigentlich im Zentrum und überhaupt die Frage, wie wird dieses Regime dort überleben und sich in die nächste Generation sozusagen weiterentwickeln? Wird es dann auch ein so islamisches, islamistisches, religiös dominiertes System wie im Augenblick? Wird es sich ändern? Das wissen wir jetzt alles noch nicht. Aber der Unterschied vielleicht auch noch zu Syrien und auch im Iran. In Syrien ist der Machtwechsel erfolgreich gewesen, weil es eine Figur gegeben hat, eine Person, nämlich Rolani. Die Auslandssyrer haben seit zehn Jahren oder seit zwölf Jahren versucht, und selbst als ich doch dort vor Ort war, haben wir das immer wieder probiert, eine eigene Führungsfigur zu haben. Das hat sich aber nicht entwickelt. Rolani ja. Und wenn man sich jetzt nach dem Iran schaut, auch da ist nicht erkennbar, dass es irgendeine Führungsfigur war, die das Land vielleicht einigen könnte, dass von 1979, als der Schah gestürzt war, anders, da kam Khomeini. Also ich glaube, ob das Aufsorgung auf den Iran haben wird, muss man abwarten. Aber so per se würde ich jetzt erst mal sagen, nicht unbedingt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas Reinecke, ehemaliger Botschafter in Syrien. Gerne.